Nee, hat nichts gedroppt. Schade eigentlich. Wie kann man hier wieder... Oh, jetzt ist die Coe runtergefallen. Sie lebt noch. Nein! Jetzt ist sie tot. Im Ernst jetzt? Ja, kann ich ja nichts machen, wenn sie einfach runterfällt. Ich bin so sauer, ich geh jetzt Creeper kuscheln. Oh Mist. Ist ja nicht so cool. Aber egal. Ist ganz schade entstanden. Na gut. Wir müssen mal... Wir müssen mal eine Folge voller Filmzitate machen. Und unsere Zuschauer müssen dann in den Kommentaren schreiben, was für Filme das sind. Oder was für Filme wir zitiert haben. Okay. Also spontan fällt mir ja nichts ein. Ja, geht mir genauso. Boah, bist du weit geflogen? Ohne Spaß. Ein Knockback hätte ich ja auch gern gehabt. Hallo? Lässt du das? Bitte? Danke. Nein. Boah ey. Ich hoffe, die Zombies werden irgendwann mal stärker. Ich brauche Gegner. Keine Opfer. Das war übrigens von Sanchez aus Desperados. Okay. Oh, weil das war ja ein Computerspiel. So, ich bin wieder zu Hause ohne Q. Ich bin wieder zu Hause ohne Q. Boah, ich baller jetzt mal diesen Creeper vom Dings. Habe ich ihn weggeballert. Das ist noch ein Enderman. Töte ich den auch? Boah ey. Hier sind so viele. So unfucking fassbar viele. Oh, das werden immer mehr. Jetzt sollen sie es aber wissen, so. Ohne Spaß. Willst du mal mitkommen? Wo bist du denn gerade? Äh, so schräg hinterm Dings. Ach, hinterm Dings, ja. Ja, dann schräg hinter der Farm. Da habe ich mir gedacht, dass gleich einer von denen kommt. Alter, liegen hier Erfahrungspunkte ohne Scheiß, Mann. Ich komme nicht dazu, sie einzusammeln. Das ist viel schlimmer. Take me to the other side. So. Hä, wohin soll ich dich bringen? Zu Jason Deruru. Take me to the other, nee, the other side heißt der Song, glaube ich. Oh Gott. Hier, gestern hier Genesis hören. Das ist geil. Aber doch nicht jeder in Jason Deruco oder wie der heißt. Kennst du Jason Deruco nicht? Nee. Ist gerade voll in den Charts. Das ist mir doch egal, was der gerade in den Charts ist. Mir aber auch. Alter, hier bei dem Zommelgeschnetzel, da fällt mir gerade ein Lied ein. Ja. Hier, äh, ach du Scheiße, das sind ja viele. Hier, wir wollen Mauern niederreißen. Geschichten machen. Die Fetzen sollen fliegen. Die Schwarte sollen krachen. Kennst du? Nee. Hier, Onkels? Nee. Oh, ich bin da geflogen. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt habe ich Hunger. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Wir existieren wirklich zum Verhängnis von vielen. Was denn? Oh, ich glaube, morgen bereust du es, dass du das in der Aufnahme gesungen hast. Quatsch, wieso? Manchmal Spaß. Ich bräu hier gar nichts. Es gibt sogar Leute, die dann wahrscheinlich sogar richtig feiern werden. Oh, das hasst du super. Aber die kommen so voll hinten plötzlich. Ich stehe auf. Aber egal. Ja. Ohne Spaß. Das kann ja nicht wahr sein, ey. Ey, hier da oben, was wollt ihr? Ey, hier da oben. Das erinnert mich an Tic-Tac-Toe, ey. An was? Kennst du das Lied nicht von Tic-Tac-Toe? Du kennst doch Tic-Tac-Toe bestimmt. Diese Steinschere Papier, ja. Ja, genau, ja. Ja, oder nicht? Ist das nicht irgendwie Tic-Tac-Toe? Nein, ich meine die Band. Diese komische, alte, ehemalige Mädchen-Band da. Ähm, ähm, warte, warte, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Nein. Nee, nee, ist auch egal. Aber ich kenne hier die Spice Girls, die fand ich früher sehr, sehr geil. Mit denen hatte ich nichts am Hut. Aber auch nur, weil die so geil aussahen, so. Für meine fünf Jahren fand ich die, boah, war die geil. Ja, ja, ich verstehe. Ah, Zombie. Äh. Boah, vier Skelette. Nee, das machst du jetzt. Nee, ich bin gerade schon wieder reingerannt. Warum das denn? Ey, ich bin schon wieder Level 16, das glaubst du gar nicht. Oh, ich hab eine Karotte gefunden. Von einem Zombie. Boah, ich glaub, nach der Aufnahme hör ich mir erst mal die Onkels an. Ohne Spaß, ey. Jetzt hab ich voll den Ohrwurm. Wenn du hier an meiner Bibliothek explodierst, ne, steh ich überhaupt nicht drauf. Das ist meine Bibliothek hier. Bleibt alles so, wie's ist. Ja. Die Ordnung in den Büchern hab ich gemacht. Es bleibt alles so, wie's hier ist. Wir bringen auch immer dieselben Witze. Immer wieder, ja. Wir werden auch immer langweilig, hab ich gehört. Du reitest aber auch ständig darauf rum, ne? Natürlich, natürlich. Er hat sich doch letztens noch entschuldigt, so von mir ist man doch gar nicht so gemeint. Seid mir nicht böse. Ihr seid doch nicht coolsten. Ich wollt das doch alles gar nicht. Da war meine kleine Schwester und die hat gesagt, die seid langweilig. Ja, und dann kam der Hund rein, der hat das Papier gefressen und ist gegen die Tastatur gekommen. Und, ah. Wie das halt immer so kommt. Ja, ne? Mit Hunden und kleinen Schwestern. Das ist so schlimm teilweise mit denen. Mit den Hunden oder mit den kleinen Schwestern? Beides. Wenn die zusammentreffen, dann passieren so merkwürdige Dinge. Enderman! Oh, er teleportiert sich. Ja, es ist Tag. Aber jetzt ist Tag. Wir haben die Nacht durchgeschlachtet. Jetzt kommen wir direkt auf den Berg. Hast du denn zumindest... Oh, Enderman! Oh, schade. Da ist er hin. Hast du denn zumindest, äh... Das Leder noch von der Kuh haben können? Nö, die hat ja nichts gedroppt. Schade. Oh, Mist. Shit. Mist. Na gut. Ja, und jetzt? Ja, mein Weg war nicht intelligenter. Hast du gerade gesagt, ich bin unintelligent? Ja. Was? Oh, ein Baum, den will ich abholzen. Aus Prinzip. So, ich schieße jetzt einen Feuerfall auf unser Dorf. Oh Gott, bloß nicht. Der brennt alles ab. Wann hast du das letzte Backup gemacht? Ja. Ne? Wann hast du das letzte Backup vom Community Server gemacht? Jeden Abend. Automatisiert. Okay. Ne, ich glaube sogar jede Stunde oder so. Jede Stunde? Ist ja total übertrieben. Ja, aber er löscht sich danach nach. Also irgendwie immer nur höchstens 20 oder so in den Speicher. Sieht geil aus von hier oben. Ja, aber noch ganz schön klein. Wir müssen noch mehr bauen. Ja. Ohne Spaß, ey. Das Lager ist ganz schön fett geworden jetzt. Ja, stimmt. Muss ich das Dach mal nochmal ein bisschen optimieren. Und dann müssen wir noch ein bisschen mehr hin. Ja, ja, du musst, du musst, du musst, du musst. Und das Dach vom Tempel muss nochmal geändert werden. Aber wir waren doch schon mal hier oben. So von wegen, ihr erkundetet nicht mal den Berg. Wir waren doch schon mal hier oben. Klar waren wir hier oben. Ne, hier steht nicht umsonst eine Fackel. Die immer noch brennt. Mhm. Huh, da geht's von tief runter. Da hinten. Mhm. Boah, ich kann mir das ja stundenlang angucken. Ja, mach doch. Dann nennen wir ja die nächsten fünf Folgen einfach, äh, Kürz guckt sich das Dorf von oben an. Und dann heißen die nächsten fünf Folgen, Kürz guckt sich die Radieschen von unten an. So, ich trage hier mal ein bisschen Erde ab. Ja, mach das mal. Damit wir hier eine ebene Fläche haben. Dann haben wir noch ein bisschen Erde für unten. Dann können wir hier endlich mal ein Türmchen bauen. Oder du baust ein Türmchen mit einem Stack, äh. Ich weiß gar nicht, wie ich das Türmchen bauen soll. Noch eine, eine, eine Etage machen wir noch runter, ne? Also eine Ebene. Echt? Warum? Ja, so auf die hier. Warum? Noch mal ein bisschen mehr Platz. Ich hab keine Schaufel mehr. Extra noch eine gemacht, bevor wir losgegangen sind. Take me to the other side. Ich find, das hört sich ein bisschen zweideutig an. Quatsch. Beziehungsweise nicht zweideutig, das hört sich eher so ein bisschen homo an. Ach, auch Quatsch. Findest du nicht? Da singt das ja für eine Frau. Warte, mir juckt mal eben die, die Zockerhand. Ohne Spaß. Kennt ihr das? Wenn euch die, äh, linke Hand juckt. Also die Maushand. Die linke, die rechte ist meine Maushand. Ach, stimmt ja. Ich bin ja auch Rechtshänder. Hast recht. Du hast hier recht. So, das war das. Hier machen wir noch einen schönen, äh, schönen Abgang. Richtig schön. Ja, perfekt. Chill, dann baue mal einen Turm. Ja, soll ich? Ja, mach mal. Kann ja nicht. Mach einfach mal. Oh. Erstmal ebne ich das hier jetzt noch an. Oh, ich höre ein Motorrad. Ja. Ob das vielleicht ein Kumpel von mir ist? I don't know. Ich weiß es auch nicht. Was ist das? Achso. Fundament. Okay. Warte mal. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben ist ungerade, also drei, drei und eine Tür. Mhm. Gut. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn lang, oder was? Nee, es soll schon quadratisch sein. Vier Gigatum sein? Ja. Ähm, zehn, neun, acht, sieben. Habe ich jetzt so gedacht. Nummer eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das ist eine Sache. Gut, dann muss der wieder zu. Äh, sieben mal sieben sind 49, dann bleibt mir nicht mehr viel für den Rest des Turms. Ich habe nämlich nur eins der Koppel mitgenommen. Ja, aber dann haben wir schon mal angefangen. Dann haben wir eigentlich schon mal angefangen, dann kann keiner mehr meckern. Dann können wir uns jetzt wieder zum... Dann können wir wieder drei Jahre lang warten, bis wir weitermachen. Genau. So werden dann wir das machen. Nein! So, was machen wir jetzt? Können wir schon mal... Warte mal. Eins, zwei, drei... Ich weiß gar nicht mehr, wir machen das mal mit Holz irgendwie teilweise, ne? Also ein einfacher Steinturm ist ja auch langweilig. Da muss ein bisschen Holz mit ran und was weiß ich. Ja, jetzt habe ich aber schon mal hier, guck mal hier, einen Eingang gebaut. Oder vielleicht mit Bricks oder so, ich weiß es nicht, muss ich sehen. Mit Bricks? Also mit Stonebricks, nicht mit den... Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hier, komm, warum wir jetzt das Wasser springen? Meinst du, das klappt? Ich weiß es nicht. Ich habe 19 Level und du? Neun. Oh. Naja, gut, ich würde sagen, wir machen hier eine Aufnahmepause, jetzt so hier mit fast fertigem Turm. Wieso das denn? Ja, weil wir haben noch ein bisschen mehr aufzunehmen heute. Ach ja, stimmt ja. Wir müssen ja heute richtig ranklotzen. Wobei, wir haben ja auch noch einen ganzen Tag Zeit. Halben. Wie? Wieso einen halben? Ne, ist schon halb rum. Ja, dann rechnen wir die Nacht halt mit. Ja, mal sehen. Ja, okay. Gut. Dann, äh, warte, ich möchte noch die Tür ins Auge fassen. So, und damit sage ich, äh... Und dann gehen wir hiermit jetzt durch und zur nächsten Folge, okay. Hier gehen wir zur nächsten Folge, okay, komm, wir machen das, wir machen das in einer schleifenden Bewegung. Okay. Alles klar? Okay, haut rein, Leute. Drei, zwei, eins. Tschuh.